Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticales. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticales erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Florian Flutlicht, Montagabend, Topspiel, rassiges Spiel, zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, ich denke, vom Spielverlauf her hatten wir schon in der 1. Halbzeit ganz gute Möglichkeiten, auch vielleicht noch ein Tor mehr zu machen. Aber letzten Endes, so wie es dann gelaufen ist, dass wir den Rückstand aufgeholt haben, denke ich, kann man absolut zufrieden sein mit der Leistung. Ja, absolut zufrieden. In der 1. Halbzeit waren wir, glaube ich, die bessere Mannschaft. Allerdings an der 2. Halbzeit spielen wir nicht mehr gut, wackeln wir auch viel, haben wir auch viele Ballverluste, von daher können wir, glaube ich, mit den Unschäden heute zufrieden sein. Ja, ich denke, aufgrund des Spielverlaufs kann man am Ende sagen, gerechtes Unschieden. Wir haben in der 1. Halbzeit einen super Fußball gezeigt, sind dann schon zurückgekommen in der 1. Halbzeit. In der 2. Halbzeit hat es Pauli ganz gut gemacht, kommen am Ende dann wieder zurück, ich denke, gerecht. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute 1. Halbzeit gespielt, haben den Gegner dominiert, viel laufen lassen, waren gut im letzten Drittel, auch gefährlich, haben dann 1-0 zurückgelegen und aber uns überhaupt nicht abbringen lassen von unserem Spiel. Und dann verdient auch den Ausgleich erzielt. Im zweiten Halbzeit war es ein bisschen andersrum, wir sind nicht so gut reingekommen, haben im Ballbesitz weniger investiert gefühlt. Und dadurch kam Pauli, die dann doch ein bisschen aggressiver gepresst haben, besser ins Spiel und haben doch dann eher das Spiel gemacht. Und wir haben dann ganz schön Probleme gehabt, dann auch, glaube ich, verdienen, 2-1 zurückgelegen. Und da war es ganz, ganz wichtig, in der Phase den Ausgleich zu machen, weil ich glaube, sonst wird es schwer, hier noch was zu reißen. Aber mit einer sehr, sehr schönen Kombination, super Pass von Jannik auf Pipo, mehr habe ich dann gar nicht gesehen. Aber der Ball war im Netz, das war prima und deswegen halt auch verdient, glaube ich, weil zwei Mannschaften heute gespielt haben, die sehr guten Fußball geboten haben. Rico, beschreib dann mal ganz kurz deine Vorlage für den 1-1-Ausgleich. Ja, der Ball wird abgewehrt am 16. Kommt zu mir, ich nehme ihn an. Gehe dann außen durch und dann sehe ich Hattie in der Mitte stehen, spiele ihn an und der schiebt ihn super in die Ecke. War natürlich wunderbar. Macht man nicht alle Tage, oder so? Es sah spektakulär aus. Ja, ich muss mir nochmal das Video anschauen. War, glaube ich, ganz gut gemacht, auch von Hattie. Ja, ich glaube, ich stehe schon gefühlt eine Minute an dem Platz da in der Mitte und warte, dass endlich einer den Ball reinhaut. Und bleibe so ein bisschen im Rückraum und Rico dribbelt über außen. Und ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat, muss ich gleich erstmal nochmal fragen. Spiel überragend über das Standbein zwischen den Leuten. Ich stehe da am 5-Meter-Eck und brauche eigentlich nur reinschieben. Und du scheinst das Stürmergen in dir zu tragen, hast du heute bewiesen. Mit deinem Toriecher beim 2 zu 2 standst du goldrichtig. Ja, ich denke, jeder Stürmer weiß das. Manchmal hat man einfach dann den Laufweg, braucht ein bisschen Glück, dass der Ball genau vor die Füße springt. Heute war das der Fall. Ich freue mich natürlich. Ja, zu Tore gehören auf jeden Fall auch dazu. Freut man sich genauso drüber. So, Jörn, 5 Jahre in St. Pauli. Heute die Rückkehr mit Dynamo. Beschreib doch mal ganz kurz, wie sieht es in dir drin aus? Ja, ich hätte natürlich gerne gewonnen. Das kann ich nie verheimlichen. Aber ich glaube, dass es ein sehr schöner Moment für mich war. Ganz besonders. Ich habe die Atmosphäre genossen mit Gänsehaut eingelaufen. Das war eine ganz besondere Zeit in meinem Leben, an die ich immer zurückdenken werde. Ich werde sicherlich auch immer verbunden bleiben mit dem Verein und den Menschen drumherum. Auch die Verabschiedung vorher, da muss ich mich auch echt bedanken früher. Das war echt schön. Und ja, ich hätte aber wie gesagt heute gerne mit den Jungs hier die drei Punkte geholt, weil ich ja gelesen habe, wir hatten noch nie Dynamo gewonnen. Aber ja, war am Ende glaube ich insgesamt auch ein gerechtes Ergebnis. Niklas, erstmal Glückwunsch zum Punktgewinn hier auf St. Pauli. Du musst jetzt ausgewechselt werden kurz vor Schluss. Was ist passiert? Ja, die Warn haben zugemacht. Also ich glaube, unsere Physios wissen Bescheid. Dass meine Warn da nicht die stabilsten sind. Ich glaube, heute war es ein bisschen tiefer Platz. Wir hatten die erste Halbzeit viel zu tun, viel nach vorne mitmarschiert. Hinten hatten wir auch zu tun. Und das hat sich dann in der 80. Minute nach dem Ausrutscher spürbar, bemerkbar gemacht. Und ja, da ging nichts mehr. Ich musste leider ersetzt werden. Aber ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie das so wieder rumgebracht hat. Ihr habt euch warm gemacht mit speziellen Shirts heute. Kannst du kurz was zu der Aktion sagen, wie das gekommen ist? Ja, ich glaube, als Mitspieler leidet man da noch mehr mit bei Paco. Das ist schon richtig bitter, weil der Zeitraum einfach lang ist. Jetzt alles, was du die letzten Wochen dir aufgebaut hast, erarbeitet hast, dich Fitness, alles wofür du dich gequält hast, ist im Moment erstmal weg. Weil das Ziel erstmal weit entfernt ist. Und ich glaube, jeder von uns kann da mitleiden. Und dann war es eine kleine Symbolik, die einfach nochmal zeigen soll, dass wir auch in Gedanken bei ihm sind für die nächsten Wochen und Monate, die auf ihn zukommen. Du bist auch ausgewechselt worden, angeschlagen, verletzt oder was ist da passiert genau? Weißt du schon? Ja, ich habe Krämpfe bekommen. Ich bin viel gelaufen und ich glaube zu viel für das, was mein Körper bislang noch hergibt, weil ich ja doch ein paar Wochen verpasst habe. Danke dir und alles Gute, Marco.